moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die geheime herausforderung findet als angriffsplan lösen könnt ich mache das ganze bei gruppenkeile das ist einfach viel angenehmer jetzt müsst ihr einfach bei warping wutz landen leute hier oben bei dem haus bei dem preis stehenden haus ich fliege da mal jetzt hin wie ihr sicherlich wisst leute gibt es ja noch zwei andere challenges einmal müsst ihr teleskope richten bei dem anderen ist die honigtöpfe sammeln alle videos lade ich noch hoch das ist erstmal die erste challenge die geht auch am schnellsten und da sind wir auch schon das haus ist leicht zu erkennen mit der chest auf dem schornstein oben ihr geht einfach rein wie ihr noch aus dem battle pass trailer sicherlich kennt durch den geheimen einmal hierunter macht ihr die tür vom aufzug kaputt und stellt euch hier hin leute bei mir leuchtet da jetzt oben links nichts auf aber falls ihr das noch nicht gemacht habt dann wird bei euch oben links aufleuchten dass ihr die herausforderung dass sie den angriffsplan gefunden habt ja ich habe es leider schon aber falls euch das video gefallen hat falls ich euch helfen konnte lasst doch ein like da ein abo wenn nicht schlecht leute und wir sehen uns im nächsten video ciao